Dämonen Dämonen würde ich sagen keine Ahnung eine Wolldecke im Mund oder was auch immer Nacht ist es auch Beil und so F-11 Macht man Stone F-11 war GUI ausblenden naja Gibt es echt keine Dämonen hier oder so wenig aber sonst f-11 oder so f-11 oder so f-11 der Oh, ja doch, Dämonen. Nicht die Imps, sondern Dämonen heißen sie. Und wenn die Imps im Prinzip auch Dämonen sind. Ja, wie auch immer. Oh, schnarch. Genau, und da können wir drinnen laufen. So, komm, angeschissen hier. Da. Scheiße. Ich glaube, ich stehe gleich echt nochmal in die alte Welt zurück und bin hier da. Was ist das denn? Das habe ich noch nicht gehabt. Obsidian Lab. Oh, schön. Oh. So. Oh, da ist einer. Aber super. Ohne Wude doll. Ach komm, was suchen wir jetzt hier noch ewig dran rum. Safe and Exit. Singleplayer Chris. Let's Play World. Das dauert ja viel zu lange sonst. So. So. Wupps. Was ist sogar hier? Nein. 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 Hä? Äh, da. Äh, da. Äh, ja. Safe and Exit. Singleplayer Chris. Fall am L2. So, wenn das jetzt hier war, das ist nicht draus wert mit den... Alamatid? Ich glaube Alamatid. Äh, dann... Suche ich Offscreen weiter nach ner... Passenden Welt, beziehungsweise mach nen Cut in dem Moment, wo wir die... Und start das Video in dem Moment, wo wir die... Äh... Dingens... Ähm... Äh... Ein Dämonantal zerstören, wo er tatsächlich... Ah, da mein Tee drin ist. So. Vielleicht kommt uns ein Voodoo-Dämon oder so entgegen. So, wo kann man am besten Lava und so... Da ist Wasser... Da ist Lava frei. Äh... 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 Ich hab kein links gehört. Ich hab kein links gehört. Achso. Die Manna war alle, aber jetzt nicht mehr. Hä? Kurzes Standbild? Komisch. Äh... Wieso sammle ich jetzt die ganzen Scheiße hier ein? Ähm... Wie auch immer. Ranger Emblem... Uff... Small Pwn Hammer... Ja... Gut. Boah... Ob sie den Knopf nehmen wir noch mal mit. Äh... Gut. Rausporten. Immer verklappen. Den können wir gleich wegschmeißen. Small brauchen wir nicht. Und gleich ne Vollmondnacht. Jetzt müssen wir nochmal die Karte abklappern nach irgendwas mit. Äh... Dämonenaltar. Dämonenaltar. Och... Gerade wieder Tag geworden. Na ja gut. Schluck trinken. So... Um natürliches Vorkommen zu nennen. Natürlich. Ähm... Normales Standard-Vorkommen. Wie auch immer. So. Ja. Brauch ich jetzt nicht einsammeln. So... Irgendwo willst du doch mal so'n schicker Dämonenaltar sein. Z.B. da. Kobalt. Genau. Das haben wir noch gesucht. Das ist doch schön. Muss ich jetzt zurück? Sag mal Stone. Sag mal Stone. Können wir alles wegschmeißen. So. So. Erstmal weiter gucken. Ja wenn dann schon ein paar mehr. Die Mondaltar. Wie. Altäre. Wie auch immer. Zerstören. So. Guck mal ob es noch einen Eingang hier gibt. Was steht da? Ne. Not really. Doch. Sieht natürlich alles bisschen anders aus mit den Versionen. Ich kann gucken wie. annya Jeffery Carolokun treffnig. Im Moment wieder. Na so starten. Gibt's noch mehr? Altari, Altäre, Altaretetete, Aua, 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 da gibt's mehreren. Kobalt. Meine Fresse. Stadio. Hab ich noch nicht gehabt. Ich hab mich jetzt wohl zerstört. Ich glaub vier Stimmen. Ich bin nicht mehr. Da oben noch was. Da wollen wir alles ein bisschen abgrasen. Ne, da ist auch nix. Ja, da waren wir schon zigtausend Mal. Scheiße. Da ist glaub ich auch nix. Ja. Vielleicht finden wir noch n weiteren Dings. Ich glaub ich schon. Natürlichen. Schlodder Dings. Äh, Crimson. So. Ja, das gute heute Dingsbums. Wer kennt es nicht? Oh, das ist auch nix. Ja gut. Durchgang. Nicht Eingang. Durchgang. So. Klappern wir mal alles nach rechts ab. Karte mal wieder einblenden. Ja, da brauche ich nicht runter zu gehen. Zu gucken ob da Altare sind. Und Schluss trinken. Der Dschungel ist grad schon riesig hier. Und okay, ist ja auch ne große Welt. Da ist doch ein natürliches Vorkommen. Ja, das ist eine wirkliche. W abbast ein bisschen. Wie geht es unten. Mein Kollege, eben. Ich glaube, das ist ungefähr ein bisschen. Vielen Dank.